Hallo, ich bin Trilli, das zutrauliche Kicher-Flipplein. Ich hab euch drei beobachtet, als ihr vom Himmel fehlt wie ein Stein. Awww, ist der knuffig! Schluss mit dem Gesülze. Wir wollen deinen Anführer sprechen. Ich bin Trilli, das zutrauliche Kicher-Flipplein. Zubehör nicht inbegriffen. Ihr könnt mir vertrauen, kommt ihr drei. Ich weise euch den Weg zu Oberfürst Chai. Den brauchtest du nicht lange zu überreden. Diese niedlichen Kärtchen in ihre Schranken zu weisen, wird ein Klacks. Geliebte Vicky, ich möchte dir höflich mitteilen... Hey, ich will keine Beschwerden hören, du Null! Wer beschwert sich denn? Ich wollte dich nur davon in Kenntnis setzen, dass ich das Gras sorgfältig einen Kopf kürzer gemacht und die rebellische Hecke wieder voll auf Linie gebracht habe. Großartig! Dann verteilt das jetzt auf dem Blumenbeet. Ein Riesenbeutel gefüllt mit Kuhmist? Wieso willst du diesen leckeren Hochgenuss an so scheußliche Petunien verschwenden? Da, wo ich herkomme, ist Dünger wie dieser die mit Abstand kostbarste Delikatesse. Ach, von welchem Planeten kommst du denn? Yugopotamia! Also in einem muss ich den Yugopotamian schon mal recht geben. Das ist alles viel zu niedlich. Hey! Wo sind die Yugopotamia? Yugo-Po-Wo-Was-Wie sind mir einerlei. Ich bin der Geleitschutz für euch drei. Ich warne dich, versuch keine komischen Sachen. Oh nein, komisch will ich nicht sein. Bubu ist das komische Kicher-Flipplein. Bubu-Witzbuch nicht inbegriffen. Hör sofort auf, ich bin kitzlig. Cosmo und Wander, lasst euch von den Nettigkeiten nicht beeindrucken. Ihr müsst wachsam bleiben und mir sagen, wenn euch was komisch vorkommt. Ich geb dir drei Bliblis für ein Wawa. Ich tausche mit dir drei Popokissen gegen eine Shishi-Karte. Vicky! Ich bin fertig damit, die hochglänzende, eierschalenweiße, flüssige Schutzlasur auf die Mauern der Familienfestung zu streichen. Wow! Du bist um einiges schneller als der Knirps und du jammerst nicht, wenn ich dich als schleimige Witzfigur bezeichne. Natürlich nicht! Da, wo ich herkomme, ist das Aufhalsen von geisttötenden Hausarbeiten in Verbindung mit Beleidigungen der größtmögliche Liebesbeweis. Und da, wo ich herkomme, ist die Methode, andere arbeiten zu lassen, damit ich viel Geld verdiene, ein noch viel, viel größerer Liebesbeweis. Dann will ich dir meine Liebe beweisen. Kann ich bitte sofort diese dir geldbringenden Arbeiten verrichten? Ich mach auf. Ausländischer Austausch, Schüler-Malerservice. Wir sind viermal so schnell wie Ihre minderwertige Rasse. Und fünfmal so teuer. Bei so viel Logik muss man zugreifen. Ich frag nicht lang, weil's mich nicht zwickt. Ich frag nicht lang, weil's mich nicht zwickt. Zubehör wird gesendet, fertig. Wo saunt es aus? Kauf einen! Wo saunt es aus? Kauf zwei! Wo saunt es aus? Drei, vier, kauft euch alle! Leute, was ist los mit euch? Hört auf damit! Ich will, ich will, ich will sie alle kaufen! Ach, du Schreck! Die hypnotisieren die beiden mit ihrer putzigen, gut gelaunten Art.